Musik In Klagenfurt beginnt die Weihnachtszeit offiziell mit dem Klagenfurter Christkindlmarkt am neuen Platz. Für viele der schönste im Alpenadrier Raum. Wir merken es, wenn die Besucher zu uns kommen. Es kommen tausende italienische Freunde. Es kommen tausende slowenische Freunde aus Kroatien, aus ganz Österreich, aus Südbayern. Kommen sie zum Christkindlmarkt, zu uns nach Klagenfurt, um dieses Amiente hier zu genießen. Es ist wirklich ein schöner Markt, der was hergerichtet worden ist, liebevoll gestaltet worden ist von einem Markt für Randinnen und Markt für Randen. Es ist eine große Auswahl, es stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Menschen werden hier so richtig eingestimmt auf das schönste Fest im Jahr, nämlich auf das Weihnachtsfest. Und trotz Regen bei der Öffnung liegt der Duft von Glühwein, Weihrauch und Keksen in der Luft. Und man tröstet sich mit der Hoffnung, dass der neue Platz bald in weihnachtliches Weiß gehüllt sein würde. Neues gibt es auch 2013 am Klagenfurter Christkindlmarkt. Heuer habe ich gewonnen, einen Hufschmied aus Kroatien, der bis Silvester bei uns verbleiben wird. Und für jedermann ins Huf reisen, Einstandsnamen, Daten und so weiter. Zahlreiche Marktleute aus dem In- und Ausland zeigen ihr weihnachtliches Sortiment. Über 60 für Randinnen sind heuer wieder da, wobei österreichweit alle vertreten sind und Slowenien und Italiener auch. Ich glaube, dass dieser Markt sich in den letzten zehn Jahren wirklich zu einem international herzeigbaren Weihnachtsmarkt entwickelt hat. Man sieht das auch an den Besuchern, die von nah und fern kommen, von unseren Nachbarländern kommen. Wir haben hier mit dem Christkindlmarkt in all seinen Facetten, glaube ich, für alle Generationen ein Angebot. Wir haben am Domplatz das Kunsthandwerk, ein bisschen das Traditionelle auch. Das heißt, Klagenfurt ist hier bestens vorbereitet. Man kann sich in die Adventsstimmung sozusagen hineinversinken. Und man kann sich ein bisschen auch inhaltlich und gedanklich auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Über den neuen Platz bummeln zur Weihnachtszeit nicht nur die Kärntner und Kärntnerinnen. Unsere Bewerbung zielt darauf ab, vom Tourismusamt Klagenfurt, damit wir vor allem im italienischen Raum, im norditalienischen Raum, im slowenischen Raum, aber natürlich auch innerösterreichisch für Klagenfurt, für den neuen Platz, für die Innenstadt, für unseren Christkindlmarkt werben. Der Klagenfurter Christkindlmarkt bildet auch heuer wieder den Rahmen für eine Reihe von zahlreichen Veranstaltungen in der Advent- und Weihnachtszeit, die sowohl den kleinen als auch großen Besuchern die Wartezeit auf das schönste Fest im Jahr verkürzen. Vielen Dank.